Ich war in der DDR jung, als die Wende fiel, war ich 28. Ich habe von von diesen Dingen, mit denen ich mich jetzt seit 22 Jahren beschäftige, überhaupt keine Ahnung gar. In meiner Jugend war das ein Staat, der mir auch ein Studium ermöglicht hat, ohne dass ich dafür besonders angepasst sein musste. Aber ich hatte alle Möglichkeiten und habe jetzt gesehen, seit ich hier arbeite, doch wie viel andere Leben beeinflusst wurden von einer Diktatur. Ich denke, mein Bild hätte sich auch nicht verändert, wäre ich nicht 1991 zu dieser Behörde gekommen.